Hier ist wieder mal so eine Pfitze. Ach hier, das war der komische LKW, der uns angeschrien hat mit einem Loch im Dach. Die Texturen teilweise von den Sachen, die hier rumliegen. Und warum ist hier alles so extrem aufpoliert? Die Achsen. Guck dir die Achsen an. Der Truck, der kommt gerade frisch aus dem Berg, ist aber schon fünf Kilometer durch den Matsch gefahren und die Felgen sind verrostet. Das ist unglaublich. Lass mich los. Unglaublich. Oh, geil. Was ist das denn? Ich höre hier irgendwie Schritte oder irgendeine... Keine Ahnung. Ist mir auch Wayne. Ich laufe weiter. Äh, wo sind wir... Äh, okay. So, jetzt sind wir wieder hier in den Inseldorf. Wo ist denn der Lighthouse? Da unten. Äh... Äh... Was muss ich eigentlich schon... Oh, nein, 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 nein. Äh, also... Also muss ich... Hier lang? Das... Nee. Alter, diese Karte macht mich fertig. So, ja, das blubbert schön. Das freut mich. Hier, wir haben sogar eine eigene Tanke im Dorf. Muss ich jetzt hier bestimmt lang, oder? Ja, ich könnte hinhauen. Ich guck nochmal. Ja. Alles klar. Was wird das denn? Achso, das war da... Ich dachte, das ist jetzt mal Kamera, oder so. Hier, auf unserer Insel, ähm, wohnt übrigens auch Rapunzel. Rapunzel, ich komme, äh, ich habe so Angst, dass ich runterfallen, ne? Weil ich soll einen Buggy spielen, das ist immer so... Hm, ich weiß nicht, ob das dafür ausgelegt ist, hier hochzugehen. So, okay, das war's auch schon, alles klar. Und hier ist wieder alles, äh, äh, frisch geborenert, auch im Turm von... Rapunzel, ist da Boden frisch geborenert. So viel Zeit muss sein, auch wenn die Wände vermost sind, da Boden ist, äh, frisch geborenert, ne? Und auch asphaltiert, also, ähm, das, äh, ist schon ein Dorf. Äh, äh, da kann man schon mal wohnen tun. Happening Ding können. Was? Was? Ich, äh, 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 jetzt hier schon unterpassen, was ist drin. Was ist denn das? Unser Schatten, Alter, wir sehen uns wie so ein Affe. Uhuhuhu. Return to the... Nein, ich gehe erst auf den Turm. Ich möchte nämlich das Ufo sehen. Aber was ist das? Guck dir die Treppe ein, was ist das für ein Turm? Äh. Ja, wer baut denn hier sowas hin? Das sieht aus wie aus so einer, aus einer Bücherei irgendwie, oder so, keine Ahnung, so voll Nobel und, äh. Ich kann das durch, ich habe so Angst, dass ich durch das Geländer packen. Die Muck. Die, 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 die. Was ist das denn? Oh, wir haben sogar Beine. Ich habe schon gar nicht gesehen. Die schlagen uns rum. Äh, äh. What? It can be empty. What? I need to get the help from the mainland. What? There is a... Yes... There is a fucking drink. What? Put him up. In these boxes. Come on. Do your shit alone. This is all so... Wow. And... And... What I just noticed... I am... I am... I am an old man. And... The island is just on my nose. How big am I? 40 cm. 50 cm. Pfff... Da, dass wir unseren Vater nicht finden. Also wenn ich 50 cm bin... Wie groß ist denn mein Vater? Da genauso riesig... Kann ich hier gleich lang? Kann ich hier... eventuell... Ist mir scheißegal, ich lauf hier lang. Keine Ahnung, ob der Typ schwimmen kann, ob der überhaupt irgendwas kann. Fische, Milliarden Frösche, auch schön. Die Frösche hüpfen in Steine, das ist nicht mein Boot, mein Boot ist wohl anscheinend da hinten. Da werde ich nicht hochkommen, das heißt, ich muss hier irgendwie hoch. Ich bin ein 50 cm großer Mann, der extrem hoch und extrem weit springen kann. Und wo ist bitte unser Boot? Ich sehe hier kein Boot. Er ist weg von der Isle. Da drüben ist unser Boot. Hier kommt das Boot da rüber. Was soll ich machen? Find the fuel for the boat. Bei was? Bei der alten, was hat er gemäht? Ich weiß es. Ach da oben. Ernsthaft. Ich will nicht den Weg wieder zurück. Ich will nicht den Weg wieder zurück gehen. Mit meinem 50 cm großen Mann. Bin ich hier richtig? Alter, diese Karte. Okay, gerade außen wieder rechts wieder zum Familienhaus. Und das komische Mordsgebäude da war wahrscheinlich die alte Fabrikgebäude. Ich weiß nicht, was ich für ein Spiel halten soll. Die Idee so... Ja, vielleicht... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich... 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 Was bin ich eigentlich für ein Schmatter. Äh... Wo war denn das jetzt hier? Ne? Irgendwo? Das coole ist, man muss die Sprinten-Taste nur mal antippen und da rennt. Das ist ganz cool. Hier ist wieder Nebel des Grauens. Find some fuel. Ich bin unterwegs. Huhn. Ich habe alles gesagt, überhaupt keine Lust die Häuser zu erkunden, weil... da ist sowieso nichts drin. Ja, also... Pfff... Warum ist unser Haus eigentlich auf? Ist mir auch egal. Hier wird sowieso alles schräg. Vor allen Dingen sehe ich das jetzt erst. Ich habe es gerade im Aufnahmefenster rechts auf dem zweiten Monitor gesehen. Dann guckt euch den Schatten von unserem Gesicht an. Ey, liebe Entwickler, ist das euer scheiß Ernst? Oh man, was? Das ist doch nicht wahr. Ihr habt nicht... Ach... Komm, ey. Ne. Da soll man das Spiel ernst nehmen? Ach... Feinsam fuel. Hier. Hallo. Ach, hier. Game save. Ah, toll. Bäh. Find the fuel for the boat. Ja, ich bin doch schon unterwegs. Was haben die hier hergestellt? Was ist das für eine Halle? Warum sieht er schon wieder so komisch aus? Oh, mi, mi, mi. Ah, ich muss die Treppen hoch, oder? Was ist das für eine Halle? Ah, kein! Fuck you! Mann! Weil ich das einfach nicht sehe. Ähm. Tja. Ich seh halt nix. Ähm. Muss das... Müssen hier Bäume stehen. Okay, hier ist anscheinend nix. Da strömt auf jeden Fall irgendwas rein. Ich vermute mal, es ist Luft. Ich weiß gar nicht warum Luft so ein... Dann muss es extrem warme Luft sein. Hm. Hier hat jemand eine Taschenlampe hinter einem Lüfter gebaut. Der wo auch immer ist. Anscheinend nicht von dieser Welt, oder nicht in diesem Raum. Ach, hier. Taschenlampe hinter einem Ventilator gebaut. Das ist... Das scheint... So. Fuel. Hier ist Fuel. Nimm's mit. Taug's auf, oder... Aha. Im Klo ist bestimmt Benzin. Hier ist... Ja... Irgendwas Rotes. Hallo. Hallo. Hier. Nein. Kein Fuel im Klo. Wir haben kein Benzin im Klo. Wir haben kein Benzin im Klo. Benzin im Klo. Die Mucke geht mir auf den Sack. Wir haben kein Benzin im Klo. Ist das hier Benzin? Nein. Nein, das ist kein Benzin. In Gebäuden kann ich übrigens nicht sprinten. Nur dieses Mal erwähnen. Geht's da hinten rein? Ja, anscheinend. Ah, Treppe. Hallo. 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 Ich seh halt echt nicht mehr. Ich seh halt absolut gar nichts. Ich hab keine Ahnung wo ich hinlaufe. Hallo. Ah, okay. Ah, hier geht's gar nicht weiter. Alles klar. Warum bin ich jetzt da hochgegangen? Oh, Mann. Gib mir doch das verfickte Benzin, ey. Was ist denn von der Scheiße her? Oh, Mann. Ja, ja, hallo. Ja, er hat wieder in meine Taschenlampe hingestellt. Ja, er hat wieder in meine Taschenlampe hingestellt. find the key from the basement f*** dich ist der 21st, der wollte ja nicht den nächsten Tag abhauen, der Fahrer naja, hier, ey, schreib dir das mal auf ich will es mal ja schon seit einer Woche abhauen ist ja seit, warte mal, das ist der 21st die letzte Note war auf dem zweiten vor sieben Tagen hier, ey, falls jemand kommt, ne, ist ein bisschen Benzin, bla, of course, the main part was taken by local resident, äh, äh, komm, ey, das doch, äh, äh, jumpscare, jetzt, die Christ oh ist teufel Was? Our enemies have field of vision, you should move quietly in the shades, so I'm gonna find a fool you are, let's uh... What? What the hell is that thing? What the fuck? What? Uh, God! Uh, uh huh? Okay, so if I go into the car, the fuck is triggered. Dann gucke ich erst mal vorher wo es so lange geht. Da schon mal nicht. Hier auch nicht. Da auch nicht! Da auch nicht! Hallo? Warum? Friend Mission Escape. Ich denke ich brauche den Schlüssel. Oder habe ich den jetzt schon? Oder musste ich mich erwischen? Oder wie? Nein. Ja, ach man. Nein. Was sind das für Aliens? Warum töten die mich? Ja, das frage ich mich auch. Kameraspred auf. Ciao. Ach ja, na klar. Mir fehlen die Worte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über jede Bewertung. Feedback. Lasst mir ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Peace und lange loten. Ciao. Ciao. Ciao.